Eigentlich hat Tanja Makarik, 25, recht wenig mit Kritik zu tun. Mit Freund Julian Klaassen, 30, steht die Ex-Leistungsschwimmerin tagtäglich auf der Sonnenseite des Lebens. Nun musste die 25-Jährige allerdings ordentliche Kritik einstecken. Auf Instagram lud die gebürtige Wuppertalerin am Sonntag ein sommerliches Foto hoch, auf dem sie in einem auffälligen grünen Dress durch den Garten, erinnert fast schon an eine Betonwüste, ihrer Luxusvilla in Köln stolzierte. Dass die Freundin von Julienko, mit dem Tanja seit dem vergangenen Sommer zusammen ist, auf Mode und Lifestyle steht, dürfte ihren 650. 000 Fans mittlerweile mehr als bekannt sein. Für den jüngsten Schnappschuss muss Tanja allerdings mit Kritik umgehen. Ein unbekannter User ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und machte Tanja und ihre Community auf ein ganz bestimmtes Detail aufmerksam. Our Filter Queen Prinzessin, hieß es in der Kommentarspalte zum Post der Neuköllnerin. Alleine bis zum späten Montagabend sammelte der Kommentar fast 130 Likes. Julian Klaassen schenkt seiner Tanja liebevolle Zeilen. Für Tanja dürften die neuen Speerspitzen keine Neuheit mehr sein. Schon in der Vergangenheit wurde die dunkelhaarige Schönheit für die Nutzung etlicher Filter auf Instagram ins Kreuzfeuer genommen. Und auch die fiesen Sprüche mancher Klassenultras dürften inzwischen am dicken Fell der 25-Jährigen abprallen. Wie schön, dass neben den beiden eher fragwürdigen Kommentaren auch viel Liebe unter dem frischen Beitrag verbreitet wurde. Auch Julian Klaassen selbst nutzte die Gunst der Stunde und kommentierte die beiden Fotos seiner Herzensdame. Wunderschön bist du Feuerweißes Herz Fast 500 Menschen markierten die Liebesbotschaft mit Gefällt mir und ließen die fiesen Nachrichten fast schon hinten überfallen. Ferien amo es Wir haben Atten freuen Wohn겠 Heute fahren Wunderschön wunderschönt Untertitelung des ZDF, 2020